Der Mensch Wenn aus sich lebt der Mensch, und wenn sein Rest sich zeiget, so ist's, als wenn ein Tag sich Tagen unterscheidet, dass ausgezeichnet sich der Mensch zum Reste neiget, von der Natur getrennt und unbeneidet. Als wie allein ist er im anderen weiten Leben, wo rings der Frühling grünt, der Sommer freundlich weidet, bis dass das Jahr im Herbst hinunter eilet und immer da die Wolken uns umschweben. Den 28. Juli 1842 mit Untertänigkeit Scardanelli Untertitelung des ZDF, 2020 und zur Agreement